und herz kommt sich zuerst vorgemengst werden heute auf dem zu zuerst aber eher fach ich hab die IP vom Bildserver gezeigt von seinem Bauserver das war dumm aber ist ja jetzt hoffentlich weit ist so heute wird zusammen mit dem Gabi Basti Wuhu Hi so und ich hab den Kanzler in Rattel gemacht also nicht wundern und ich glaube ich sollte meinen Ton anmachen oder? Firefox sollte ich komplett muten beim Gucken und ne neue Schaufel brauche ich wegen der Glock von unten die ich hätte sie ja nicht alles das noch ein Eisen hab ich noch ein Eisen er verweisen in der Truhe das drinnen die vier Eisen hast du in der Truhe ich glaubt Kainz L Entschuldigung ich brauch das da schein ne ähm so mal eben nicht einsortieren wieder so bist du dann bereit ähm ja auf jeden Fall hier halt den Kabel zum Generator ich hab den ungefähr so gebaut wie beim letzten Mal nur weil hier das Wasser leider immer die Lava kaputt macht hab ich hier halt jetzt Lava eingesetzt und Wasser ich hab das einfach mit Z-Block gemacht jetzt hör auf du brauchst ja nicht mehr einfach drauf schlagen ach genau hier unten ist ein Plugin drin Plugin? boah jetzt geh doch mal auf Seite ja ich will das selber angucken so und dann destroyt er sich halt und hier kann man ihn wieder ausmachen so kommst du nach oben ja bitte und schneller um äh warte Monster sind an, komm ins Bett okay hüpft mit mir ins Bettchen ja in dein ich hab Angst alleine du willst mit deins kommen ich hab Angst alleine ja ich will mit reinkommen wir müssen mich grad ehrlich mal sehen das sieht aus ich geh jetzt geh raus sonst geh ich in dein Bett ich wär voll nicht alleine man so damit deine Füße so noch schöne Luft kriegen in der Kopf mit der Hand jetzt sehe ich sie einfach hin naja ja nach ich hab schon mal ein Träume rechstet in der Verkaufgabe zuerst zwei und dann sieht er eben sie ein Kohlenspiel und er geht um die Gruppe also auch genau und guck mal drück mal zerpasst das gesehen oder alt wo du spiel auflisten hast ich hab da jetzt auch ein schönes Plankens reingemacht ist der Meister der Reis zwei BWM 7 Joachim noch weiter hochkommen gerne Koffenberg ich werde mich dafür dass wir hier als er es hat Worte fragt sein lassen mit Schiffen keine Ahnung wer ist nicht mehr da doch ich warte immer noch bis zu mich endlich entlang er sei ganz erwarten dass ich in der zeitbräuers aufbauen ja ich wäre jetzt auch rausgegangen so da würde ich mal eben hier einen kurzen cut machen sieben zu lang nun müsstest du entwandt sein juridisch ich habe mich gerade ein paar dorn eingeladen und dann deinen langsamerhand weißt du was hier oben hinkommen soll aber ich bin immer noch dran was steht denn da nur bei Nürnberg von dieser Riesen ausrufezeichen 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 da müsste theoretisch eigentlich stehen die die ich bin wie aber er hat er 3 die das ist liebens zu übrigen zuerst richtig kippen soll also weil die Rischmesser stehen die Jürgen Baden Band also du wurdest vor und zu Gäser selber gebannt Grund und dann halt der Grund Also bei mir wahrscheinlich die Ausrufzeichen. Also bei dir. Mhm. Ich weiß, dass er das mit Absicht macht. Spieler konnte nicht gefunden werden. Warum nicht? Weil es den Spieler nicht gibt. Weil es den Spieler nicht nicht gibt. Nein, Davi Bass hat geschrieben Kick. Nicht Davi Bass, die warum. Ähm, was ist das nicht, weil ich soll mir noch ein tiefer machen? Das ist nicht wahr. Ich bin so für zwei tiefer noch. Dann haben wir, warte. Ich muss mal eben slash. Das ist nicht. Das ist nicht wahr. 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 Players... Move... Shuka... 24-6. Adi... So... Tote. Ohne, da kommen wieder zuотив makes. Das ist auch ganz schön. Ich habe nicht richtig direito. Da kommen wieder zu insfe kommen. Warte. baddune participated. Kost kann man sich selber kicken ja wenn du mich Kicks bis zu gebannt ich mag er deswegen aber nicht selber kicken kann ich probier es mal Prozent und steht geht da drüben warum er kann es gehen da ist doch gesagt in Köln Wittermann machen das Recht im Missbrauch und ich weiß nicht warum es hier oben bei mir auf das ist aber immer so liegt Aktion als seiner Kunde steht so nirgendwo herrkennen und nicht wundern dass wir heute so was planloses machen wollen wir haben das in dieser Karte er alt wenn er so bekommt und nicht mehr auf dem Falle immer er ist fast in der Folge ergeben wird es sagt als gut Prozent damit er macht das hat er erst mal die hochkommission Prozent A A aber ich spitzte gerade wegen 38 Grad und schafften er hat keine Fischer an 9 und nicht dann immer ein Leben nachher Schindern und die Erdbeeren umgeben Nürnberg oder Kuh und ich habe das Hunger bekommen also und haben übrigens an was man zu er kommst du dann hoch ich steppe ich will sie einmal die Steine die jetzt kommen gleich um also die vom Boden auch einmal durch Erde ersetzen und dort sind gleich im Baumschluss die Waren und seine ja wahrscheinlich eine Kabel eine Kabelform natürlich nicht wahrscheinlich irgendeine kluge Farm die wir unbedingt brauchen und so ausnahmens Essensfarm ach und ich hab hier die Bäume beim letzten Mal müssen und wie wir Monstern haben ein Skelett ist in unserem Haus Akku in dem Moment muss es dann legen boah alter wie ich schwitze aber creepy komm doch jetzt drauf du bist entband bin ich nicht ja warte dann mach das jetzt mal da wie was Slash warte Punkt Slash warte ich mach das Pardon Tintor und strich so gib das mal ein ohne Punkt ok und dann steht der Spieler wurde nicht gefunden ihr wisst wie ich geschrieben werde oder das steht im Scoreboard also ja TNT Creed bekommt ihr nicht entsperrt werden siehst du ihr wollt mich sowas von verarschen nein jetzt ernsthaft nicht mach ein Screenshot und schick's auf Skype dann sieht das ja mach ich gleich wir sind grad nur in der Folge kann ich gleich nach der Folge machen und ich verarschte ich jetzt ernsthaft nicht größer dass wir mit den Blöcken anmachen Prozent Prozent also auch meine Ohren ich spitzte jetzt schon wieder ich auch ich hätte auch ein Schatten aber trotz der und die Lenden denn es ist unten mehr als normaler alle man so nur du kannst vorstehen wenn man Rechner hat schon 40 Grad da hat da sind mir dass das Wasser irgendwie und in Achsen hier läuft das war jetzt keiner weiß egal das ist doch bei den meisten auch so oder naja aber zuerst also nicht wollen wir der heißeste Tag des Jahres werden wurde mir erzählt ne wir hatten hier vielleicht bei euch aber bei uns nicht wir hatten letzten Tage heißeres Wetter schon also nicht wundern wir nehmen jetzt abend und vierten siebten aufweichen aus dem voraus aufgenommen hatte von daher äh 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 zu lassen dass hier wohl jetzt ein Jahr und nicht mehr rauskommen um hier unten um keine Ahnung mach mal wieder zu mit erde keine Ahnung ich mache das mal ein Künstler nein die Künstler uns brauche ich nämlich noch mach es ja erhältst du sonst ist sonnenharten Bann wegen wegen provoziert alter und ich habe mich vorhin im Schwimmbad ähm stücken Haut ist also nicht nur stücken Haut sondern stücken Fleischer aus aus Versehen im Stein geschnitten ich bin gegen Stein geknallt und ja lecker ich wollte wahrscheinlich keiner wissen nur ein in der Nähe und als er mir läuft jetzt schon wieder das Wasser und den Händen mit Hände und ich bin die Nofer Tassatour und jetzt Tassatour ist gerade fast nass A1 aber 11 soll ich mal sagen was man an den Tagen macht es in zwei aber ich sollte in wasser und ähm Lava immer noch mal weg machen guck mal das macht man bei dem Wetter schild warm ich hatte es erst auf schön warm gesagt dann tut es mir leid das war nicht mit Absicht verstande kann alles mit Schlecht Papier ich mache Schlecht Papier er macht man Slash Punkt Slash Schlecht ich meinst oder die Warte ich guck mal eben Slash die Junt Warte ich guck mal wie der Befehl noch mal hieß ich bin 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 ich untergezogen ein der Eindelbücher zu ver ich bin selbst auf die Saison Mastel Ackner und der Multiverse draufs weißt du Möckchen uns und kann nicht anders sehen es nicht mehr weiß so du machst du immer weiter um es mit Portalen brauchen nicht mal schneller machen der Katze auch als Nicht-Op um die Portale gehen wie es beim Story Center auch gibt er hat die Kreise der Scheiße ich weiß ich bin ja wieder in Bands ich weiß nicht warum ich weiß trotzdem lange habe ich werde ich mal gebannt ich mache was richtig viele Studierende die Studierenden Schäden ins Kreisland ich schreibe daran wirst Autofilter Christoph zu klick durch Klagen du bist auch schon mal Städtik durch im Klagen Kruhe aber gewandt ihr es werden UL FSK 16 Sachen schreibt und es kann nicht so so machst du mal hier weiter er eine rechte Lärm der Marken sein ja ich muss man gucken wie lange die Folge noch geht wir haben noch sechs Minuten und ich nämlich noch mal eben nicht entleert weil ich so gut wie voll bin und sie brauchen noch Glouston alle haben wir schon weiter nein aber mit der Städte Prozent nein wenn auch die Anker dessen wird er auch gebannt wegen die Erkrankungen schicken das er hat entschieden dann schießt es die Anwesen gesagt er und ich habe noch was gefunden was ich um erschützt hat wegen Wolltel durch um eine Lärmung hat zahlreiche Prats konzentrieren 50 PS wieder ja bei der jahre an bei der Mockfalle die man eben repariert Jan Katz ist nämlich völlig verbaut und jetzt könnte es gleich legen warte Kabel Generator ich glaube ich werde ihn doch noch mal schneller bauen das geht mit mir leckten was wie leckst du Prozent ja nicht Spawn hier oben Monster schon müssen wir nehmen wir haben uns gerade Hauspartie nämlich ich rufe gerade jemand an naja soll ich da angehen soll ich nicht nein ich will nicht noch mal das machen müssen was ich bei Jamm Köln machen musste welchen hätte ich konnte okay da war ich konnte ein gleich genau Köln 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 Eben wir schick dir gleich mal nachher Folge also für knapp 5 Minuten bei ihm Screenshot macht das kommen zwei stück von wegen halt den cgp konnte nicht entbannt werden und wie ich eben nicht entbannt werden also hat er sich jetzt gerade ernsthaft in luft gejagt das kann ich nicht sehen weil ich ja gewandt bin er ist gerade gestorben anfallschaden wusste wahrscheinlich hat ihn irgendjemand runtergekriegt weil er gerade afk war nein die ist ein creeper explodiert das gleiche ich weiß nicht wurde gestorben ist ich hab jetzt mir tp also wie wenig chance gerade geladen sind ja kann ich sofort machen ich wurde gerade nämlich hier zum hund teleportiert das war glaube ich dumm nach hause so auf jeden fall ist jetzt mein inventar voll und ich habe sein zeug so aber ich würde sagen folge ich würde sagen sehen uns in der nächsten folge meine tüftügez abis mit meinem tschau Musik